hallo herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen folge let's play transport fieber hier beim südersmeralitischen fernsehen wir schreiben folge 70 zur zeit mir ist so angekommen dass ein lieber gewisser spieler von transport fieber also auch ein spieler der das spiel ein kleines problemchen hat und da und darum möchte ich noch mal ganz stark darauf versprechen dass ich in diesem display so gut wie keine mods dazu oder das wird in der staffel 2 erst geschehen weil es ist was passiert bei ihm vielleicht wisst ihr es schon wenn ich es einfach erzähle kann ja mal mitfahren in den zeitraum wo ich das erzähle und zwar ist demjenigen ein mod oder mehrere mods die installiert hat im spiel bei seinem let's play von transport fieber sind vom autor des mods in steam gelöscht wurden wir steam und dann waren die logischerweise auch eigentlich nicht logischer weise auf seiner festplatte nicht mehr verfügbar das heißt nicht mehr verfügbar sie wurden auch gelöscht weil steam so ein zahlenkotierung und diese zahlenkotierungen tun die verschiedenen mods beziehungsweise auch die verschiedenen spiele und auseinanderhalten wie zb transport fieber hat die codierung 4 4 6 8 0 0 das ist die codierung von transport fieber vom spiel selber und da werden die also in diesen ordner der so heißt werden die ganzen mods abgespeichert auf eure festplatte und die ganzen modz in der festplatte haben natürlich auch zahlenkombinationen und deswegen kann man die auch ganz schwer auseinanderhalten man weiß jetzt gerade nicht was was ist da ist es am besten diese mods in einem externen ordner abzuspeichern um die wenn der autor die irgendwann mal löschen sollte die wieder zu verwalten also wieder verwenden zu können ob das funktioniert weiß ich nicht ich habe selber noch nicht ausprobiert jedenfalls hat dieser mod keine benutzung mehr und derjenige der das let's play hatte konnte sein spielstand nicht mehr starten da ist ein fehler aufgetreten dadurch weil der spielstand den mod benötigt logischerweise und er kann ja einfach auch nicht rausnehmen weil da ist sozusagen schon gelöscht wurden das problem ist von ihm ist er kann keine also er kann jetzt den spielstand nicht weitermachen deswegen muss er mit der staffel 2 anfangen finde ich ganz schön mal aber es muss leider so sein der muss jetzt links abbiegen hier muss gleich mal gucken in welchen jahrhunderten überhaupt sind so schaut doch eigentlich schon ganz schön aus ich gehe mal wieder heraus hier ist eine elektrische straßenbahn der zug hat hier gerade getötet wenn ich schon die lichter hier vorne wieder sehen da bin ich ja wieder im gefühl hier ach ja guck mal hier maus ne maus rein raus um funktioniert einwandfrei ich habe eine neue maus zugelegt weiß nicht ob ich das in der letzten aufnahme ist schon schon angesprochen habe jedenfalls geht es jetzt ganz einfach zack zack sonst muss ich immer den da machen das hat man dann auch gemerkt dass das so geruggelt hat dass sie über die tastenkombination nämlich mit x rein so mit y raussuchen und das geht jetzt nicht mehr so ruckelhaft genau machen wir mal an der stelle weiter um aufgehört haben und zwar ist das hier gucken mal die haben schon die obergrenze wieder erreicht fast nix auf lage weil die ja gerade geht es gibt so viel den bahnhof gucken wir mal wo der zug gerade rumlungert der ist hier wie viel kann der mitnehmen 4 getreide da hier unten aber nur getreide anliegt möchte ich den markt umbauen so da bin ich wieder den zug an hier hat er auch getreide das ist der lebensmittel zug und dann nimmt aber auch ordentlich mit brot beltheim super was brot beltheim alles klar hier ist hilfs und walmo das ist schon eine ordentliche fabrik hier die produzieren auch ordentlich und der zug der gleich ankommt wir haben ja ordentlich zuwachs wir können ja auch ein bisschen was ausgeben er fährt jetzt mit 0 viel logischerweise deswegen ist es immer mal besser auf automatisch zu stellen aber anscheinend ok lassen wir dem mal vorfahren das abladen und wenn der abgeladen hat der fährt er hier nach beltheim das ist übrigens hier hinten ach da kommt von beltheim ach da habe ich zwei züge drauf gesetzt alles klar habe ich hier hinten habe ich noch keinen zug hier warten aber einige da kann ich alles mitnehmen ok da braucht man ein update ist das schon elektrifiziert alles hier ja sind die züge schon elektrifiziert noch nicht wir haben ja noch keine elektronischen züge beziehungsweise die die wir haben kommen die begegnen sich ja auf der brücke unter hübsch da kann jetzt 64 mitnehmen wie viel sind denn hier am bahnhof 16 alles klar also es geht auf jeden fall voran vor allem hier kommen wir nicht die brotwagen und nehmen wir ordentlich mit und wir gucken jetzt mal nach hilst rein das ist ein bahnhof da oben nämlich hier ist so ein knoten punkt wo übelst viele warten bus warten 42 man es sind doch die leute hier es ist übelst viel die stehen ja alle so schön in reihe und glied zack klammer foto gemacht hier was ist das hier apotheke sei das heißen wahrscheinlich apotheke im shop w&s habe ich keine ahnung was das ist aber hier steht auf jeden fall open und da steht food twinks und noch irgendwas muss ich näher rangehen h r r b s h r r b s was mit doppelt ja keine ahnung jedenfalls sind die dinger hier verrostet bis zum geht nicht mehr und wenn ich immer draufklicken auf die Details 27 Jahre alles klar ne da wollte ich nicht draufklicken äh ich habe jetzt vor die linie auf jeden fall zu deinstallieren pass auf ich gehe mal hier hoch und gehe hier hin und beende erstmal die folge das ist nämlich ja mach mal nächste folge bis dahin ciao ciao